My heart keeps stopping I'll find a way to block it I go loo Lalalalalala Lalalalalala Lalalalalalalala Moin Leute Was geht und willkommen zurück zu Let's Play Lost of Lost Ja, seitdem ich hier stehen geblieben In der letzten Folge und da bist du ja jetzt schon fast beim Rathaus Ja Ja Ich habe schon gedacht dass das was den Film zu tun hat Ah, ich glaube das sieht ja aus wie bei der Walking Dead Verlassen und Jo Ja, das ist das Rathaus Ich habe die letzten zwei Folgen nicht gesehen aber schaut es euch unbedingt an Leute Das war Action Pur Jo, die Clicker und das hat mir viel Action in den letzten zwei Folgen schaut sie euch an Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt Aber Ich will nicht bedanken Ja, kein Ding Ja, kein Ding Nein Nein, nein Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott, vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel Wie weit soll das hier noch gehen? So weit wie es eben gehen muss Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen Was machen wir hier? Das geht uns nichts an Was weißt du denn schon? Über mich Ich weiß, dass du klüger bist als das Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel Und zwar schon echt lange Zeit Nein, wir sind Überlebende Das ist die Chance Es ist vorbei, Tess Wir haben es versucht Gehen wir nach Hause Ich werde Ich gehe nirgendwo hin Hier ist Endstation Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein Was erzählst du das? Fass mich nicht an Oh nein, scheiße Sie ist infiziert Ja, oh Lass mal sehen Zeig es mir Oh Gott Oh Gott Oh Ups, was? Zeig mir deinen Arm Das ist drei Wochen alt Mein Wiss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer Das hier ist real, Joel Du musst die Kleine zu Tommy bringen Er kannte diese Leute Er kennt bestimmt auch ihr Versteck Oh nein, 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 nein Du wolltest das hier Ich mach das nicht mit Doch, machst du Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mit diesem letzten Wunsch nicht abschlagen kannst Also bring sie zu Tommy Oh shit Sie sind hier Verdammt Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja, das werde ich auf keinen Fall Ich verwandle mich nicht in so ein Ding Na los Mach's mir nicht so schwer Ich kann kämpfen Nein, geh einfach Geh doch endlich Ali Tut mir leid, ich wollte das nicht Los, beweg dich Los geht hier ab WTF Oh verdammt Wie konnten wir das nur tun Stopp Ohne uns stirbt sie da Stopp Du bleibst nicht bei mir, du bist weg Ich finde das so schnell wie möglich hier raus What? Du darf einfach weiter Sie hat zwei Männer getötet Ich wurde jetzt wirklich ernsthaft erschossen, ne? Fuck Schei Scheisse Mann Warum müssen alle immer sterben? Warum? Wir werden bald hier sein Das wird noch noch lustig Wir müssen weg Das war verdammt knapp Das war verdammt knapp Das war verdammt knapp Nice Was machen dir? Joel? Ich habe es Ich bin hier raus Ich bin hier raus Und das sofort Und das sofort Yo Wie zum Teufel gehen wir jetzt vor hier Ich bin hier so schnell Scheiße Ich bin hier Jo, wer hast, der lebt. F***, alter, komm man. Komm, hab ich dem Kopf nicht weg geblasen. Alter, meine F***. Okay, okay, komm mal hin. Da ist Munition. Los, ne komm. F***, ich hatte irgendwas gelb. Bleib bei mir, dann los. Eine da schwede Pille, nice. Guck mal aus. Alter, was ist das? Hä? Was sind die? Da ist hier wirklich nicht niemand mehr. Komm, das kann... Kann ich mir erst sagen, was du willst, aber... Das glaub ich dir jetzt nicht, dass das hier keine S*** mehr ist. Ach komm, warte was. Hier hab ich nur noch zwei Schlüsse. Äh, Stock hab ich keinen mehr, ne? Wir sind hier einfach raus. Äh... Drei, vier... Zwei, drei... Fünf Stück sind das... 100% Alter... Alter... ... ... ... ... ... ... Ah, kommare Hintry. demann ... ... Ah, kommandry. Ja klar! Oh man! Achtung! Boah F*** man! Wo ist mein eng so Scheisse gerade? Na f*** ich hab zu viel Munizoren gefragt. Zu viel! Das ist scheisse ich hab nur noch einen Schuss übrig. So kann ich uns ausschleichen. Warum müsst ihr genau da hinschauen? Boah Junge Junge Junge! Wo gehst du hin? Oh man! Gure dich! Er hat ges Angels. Halt. Ja ist ja ist ja ist. Oh man, komm an! Pfffff! Was ist das Knopf? Ich bin ein Auto. Ich bin ein Auto! Das ist ein Auto. Ich bin ein Auto. Der Auto ist die Hülle. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Der Auto ist ein Auto. Die Hülle. Da kannst du das verdammte Zöng einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich hab nichts gesehen. Seh in diesem Bereich nach. Wie ich hier drüben habe. Keine Messe mehr, ne? Komm schon, nach einem Fehler. Wo ist dieser Rat? Komm, 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 komm. So. Ja, nein, ich muss nicht kotzen, Alter. Ist doch schon vorbei. Okay, hier geht es schon mal nicht lang, ne? Okay. Wo zum Teufel haben? Hä, Leute, Boss. Was? Wir haben uns schon etwas gebraucht. Ja, wir haben uns etwas gebraucht. Jetzt kommst du wieder hoch, hä? Ah, ja. Halleluja! Halleluja! Schmuggelnotiz! 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 Ja, wäre ich auch froh, wenn ich hier rauskomme. Freiheit! frische Luft es ist besser wir behalten unsere Geschichten für uns zweitens erzählen niemanden von deinem Zustand man wird dich für verrückt halten oder töten und drittens du tust was ich sage wenn ich es sage alles klar wiederhol es was du sagst zählt gut da ist eine Stadt ein paar Meilen nördlich ein Typ dort schuldet mir was kann sein dass er ein Auto für uns hat ok los gehen wir na bitte ja hier lang wird es schneller gehen wow was nichts ich habe ich habe nur sowas noch nie gesehen deshalb etwa den Wald ja im Wald war ich noch nie wow alt wie sieht das aus so geil oh ja ach du auch ich siehst das alt warum bringst du mich nicht zurück zu Mali wenn sie das schaffen könnte hätte sie dich behalten na vielleicht geht es ihr besser kleine ich will dich nicht aufwägen aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch sie ist viel stärker als du glaubst es ist egal denn ich glaube kaum dass einer von uns lebens bei ihr ankommen würde ja glaube ich auch ja ja muss ein anderer Weg gehen ne klettern wir raus nein da oben ist ein Stacheldrad ich gehe da mal hoch und sehe mich um oh was ist das geil geil besser deine beliebte Nahkampfwaffe und Gegner mit einem Treffestritt die Verbändung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt wenn sie abgenutzt geht sie kaputt ja hm das kann es nicht verbessern ich kann ein Messer herstellen das ist vielleicht gar nicht so schlecht ööööööööööööööööööööö... um jetzt... Ah, okay, 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 ich weiß, was sie von mir wollen. Haha. Ich frage, wo müssen wir jetzt? Ah, das ist nur eine Mauer, dann hier eine. Super. Was bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na, das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt, aber nein, ich war noch nie selbst. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann beginne mal nach. Okay, komm. Okay, gibt es da sonst noch Sachen? Hm. Hm. Hier lang. Sei vorsichtig, nicht dass du fällst. Klicker? Zwei Klicker? Ja, nein. Ich lerne. Zum Teufel soll ich den in dieser Hütte... Arr, du scherz. Sorry, sorry. Hallo? Ellie? was hat sie mir jetzt ich habe gedacht dass er da reinkommt komm rein mach die Tür zu oder auch nicht ah das ist die Türe für hier unten aber hier ist gerade nichts da ist nichts da sind noch ein paar Teile perfekt Munition Munition ey kein Kuh gebrochen ich habe ein bisschen viel verloren Erinnerung an mehr Pillen zusammen und ich muss mehr Munition verschaffen mir bleiben nur drei bis zur nächsten Lieferung für Tess Scheiße 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 oh da sie zu tinten perfekt komm 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 elli 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 was nein das kommt gar nicht den frage na ich hilf Gebe dich nicht hoch, wie sollen wir sonst da rüberkommen? Er hat sie auch hier gericht, ne? Scheiße, er kommt hier in die Richtung! So, jetzt gibt es viele Wege, ne? Wie man das so schon sagt, viele Wege führen nach Rom. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Na, dann rufen wir Tommy. Oma Lee meinte, er ist dein Bruder? Wichtig ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiss, wohin muss er. Ach was, Tommy war ein Firefly? Okay. Er lebt weit weg von hier, deshalb brauchen wir das Auto. Okay, wir machen an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter, Leute. Seht ihr für einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da. Sonst... Ich danke dich zunächst mal. Ciao, ciao!